So, dann müssen wir mal gucken, wo der hier ist. Schade, wir hätten gerade als Sega starten können, aber wir waren nicht schnell genug. Das ist immer doof, wenn man zurückfahren würde, das kenne ich. Wie wir einfach mit 4 oder 5 Panzern stehen. Das ist irgendwie komisch, ich kann mit dem Panzerkind Schild umfahren. Aber ne, das ist ebenso. Wurde als länger. Ich glaube, wir haben den. Boah, den haben wir. Wir können zwar jetzt ja wieder im Flieger. Ich würde jetzt erstmal lieber hier unten bleiben und dann ein paar Kills reinholen vielleicht. Mal schnell durchfahren, ich weiß nicht, wer hier schießt. Ich bin drauf und sind. Boah, was macht denn der? Ach so, der ist tot, okay. Ok, ok. So, hier vorne müssen wir hier sein. Hier drüben ist irgendwie einer. Ja, für mich so. Ok, hier sind noch einige. Ich muss mal aufpassen, hierzu. Ich muss mal aufpassen, hierzu. Also, wie den manchmal mit einem verdammt. Ah, der hat irgend so'n besonderes Geschoss. Ja, also irgendwie läuft's heute nicht so richtig. Es will heute irgendwie nicht funktionieren. Tja, so ist es. Ich spüre mit der Klasse noch eine Runde. Und dann gucken wir mal. Ja. Es kann jetzt bei den anderen zwei Ländern, wo ich jetzt erstmal nur Flugzeuge habe, ob es überhaupt Tanks gibt oder ob man da jetzt erst welche freischalten, also freikaufen muss oder so. Wir haben übrigens 330, ja, ich glaube das, ich nenne es jetzt einfach mal Gold, sehr da oben. Dann 136.200 Taler Münzen, was auch immer. Und 8347. Ich weiß nur, was das ist, ob das, ähm, die XP sind oder so, die man braucht, um was zu erforschen. Ich glaub, das ist irgend so was. So. Gucken wir mal. Ok. So. Das ist ja cool, da kann man sich dann Befehle geben. Das ist schon cool. So. Ich bin übrigens, Kenschka, also falls ihr es soll, der hat's kein Chat links. Ähm, ich nehm, ich weiß nicht, ich bin, ich bin, ich bin, ich muss mal drüber. okay die wollen anscheinend dort hoch zu der burg ah ja die kommission hat die haben auch schon gespielt so gucken wir mal problem ist nur die burg da schießen sie fast alle hoch deswegen lese ich mir ob es jetzt so clever ist dort hochzufahren aber wir fahren erst mal in richtung da hoch ausunterstützung mein freundern volle unterstützung ich komme nicht mit so ich würde sagen wir fahren erst mal richtung punkt a wir sagen wir fahren noch ein kleines stück vor aber nicht zu weit weil ich wissen ob die auch von da oben kommen ich denke mal schon trifft mir richtig handel so zeigt sich mal ja ich glaube da ist schon dauernd ich würde eigentlich gerne dort vor wo ich jetzt gerade hin ziele weil kommt besser von der position hervor weil sie kommen dann bestimmt auch von da oben könnte ich mir vorstellen oder die frau jetzt einfach mal ein stück vor wo ja da kommt ja noch immer da steht wo sind ja da war da so ist er weg kann nur sein das gute hier ist ja so ein bisschen steine da kannst du schnell mal in deckung gehen das ist ziemlich wichtig hoch 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 richtig was ab wir sollten uns in dem hoch trauen weil sie wenn man richtig viele Leute der her der doch gerade schon ganz schön was abgekriegt aber nicht gesehen von der Euro das hat mir längst und wieder fest so war ich will mensch da so jetzt bin ich erst mal hier hängen wir jetzt drinnen oder was das war es eigentlich nie geplant ich würde eigentlich lieber wieder runterfahren wenn wir es überleben sollten davon da keiner kommt würde ich ein stück weiter hier rüberfahren so in etwa die baller hier auch schon noch nicht hier sieht es ganz gut aus wenn wir hier hochfahren und da verkrümeln wollen sie mal kurz wieder man sollte wirklich immer dann wieder in deckung gehen weil ihr seht jetzt gerade wir werden jetzt richtig abgeballert richtig doll wenn wir die worten oder sich rauskommt so wir sollten jetzt die positionen wieder ein bisschen verlagern weil mal an der selben stelle rauskommen da warten wir einfach dann noch drauf das ist dann für die zu einfach okay da ist down kriegen wir oben nicht auf die nuss da müssen wir aufpassen also wir kriegen hier ganz schön was ab so jetzt sind wir dran mit schießen ich bin da jetzt erstmal die Schnauze voll und würden sie es unbedingt holen aber auch schon tot ja das passiert halt das ist schlau sind und zu formen freunde den holen ich mir auf jeden Fall Flugzeug ich habe mich verloren oder doch ich dachte wir haben verloren aber anscheinend doch nicht so als wir haben jetzt auf jeden fall den typen ja geholt da 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 wir sollen uns verkrümmeln immer wenn man merkt dass man richtig krass beschossen wird soll man auf jeden Fall zurückfahren ich denke mal es wird jetzt bestimmt unser Tod wenn wir wieder rausfahren wir sollten jetzt andersrum machen wenn wir sind jetzt bleiben jeden Tag ohne trennen dann haben wir lieber sein sterben okay wir machen es anders wir sterben einfach so naja erinnern wir noch dreimal an es sieht aber immer so schlecht aus laut ja ja ich sag jetzt mal mal leiste oben so ich würde sagen wir fahren auch wieder auf die selbe Position und schließen du auf mich ich bin auch friedlich was ist dein Problem so wir fahren natürlich wieder hier vor das habe ich jetzt gar nicht beachtet so so weil ich so drüber gefahren bin ich dachte schon boah ok scheiße auf jeden Fall naja gut wenn wir sagen wo hast du es mit der Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder macht's gut und wenn es euch gefallen hat dann ist eine Bewertung da und ciao